so hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem smoke tutorial beziehungsweise das erste smoke tutorial ich habe jetzt mit den server einstellungen ein bisschen rum gespielt und habe alles so schön konfiguriert und wird jetzt einfach wollte sagen wir mal ein bisschen testen und zwar geht es um die ct spawn smoke da gibt es ja verschiedene varianten ich habe einmal gesehen eine die geht von hier und eine von weiter vorne keine ahnung aber das immer um ein bisschen ein schlitz offen ich will euch jetzt mal meines achtens die beste smoke für den ct spawn zeigen und zwar geht die hoch auf das podest zielt nach unten soweit es geht und kriegt dann hier quasi nach vorne mit geduckt halten auf diese ecke dann könnt ihr aufstehen da ist der markierte steine habe ich schon eingeschossen aber der ist ein bisschen heller dann sieht man sie zieht die granate quasi geht hier ungefähr so auf die dreiviertel höhe der fuge und dann macht den jump throw und dann fliegt die smoke rüber und tut wie gesagt meines erachtens den ct spawn perfekt absmoken ihr seht hier sind keine keinerlei schlitze oder so wo man durchgucken kann durch die kiste kann man zwar drüber gucken muss aber springen hier kann man nicht wirklich amen selbst schwierig auf den man kann hier hoch kann aber wird dann in dem fall auch schon beschossen ja ist ganz einfach zu werfen zeigt eben noch mal ist eben finde ich so die einfachste und beste smoke was ich bisher gesehen habe in irgendwelchen videos oder irgendwo und wenn ihr eine bessere könnt könnt ihr die gerne kommentieren und sagen okay hier ist eine bessere oder was auch immer aber ich bin der meinung es ist die beste trump show ihr müsst hoch springen und im höchsten fall optimalerweise die granate loslassen und dann fliegt die rüber ist also wirklich ganz einfach muss man gar nicht viel üben sagt ct spawn ist komplett ausgesmoked da oben ist nicht irgendwo ein schlitz wo man durchgucken kann hier ist nicht irgendwo ein schlitz wo man reingucken kann morgen werde ich denke ich mir mike noch die anderen smokes hier zeigen wie man die wirft ist eben für mich auch mal ganz praktisch mich damit zu beschäftigen weil ich ja auch die karten im prinzip lerne und auch spielen lernen möchte und das gebe ich jetzt eben in der cs nur tour gerne so weiter und versucht natürlich auch noch hier und da ein bisschen zu helfen und und ja habt ihr bisher immer positives feedback da gelassen das freut mich auch riesig und ich hoffe das video hat euch auch geholfen gebt einen daumen hoch wenn es euch geholfen hat und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei vielen dank fürs zuschauen